Hey Leute, was geht's? Hier ist euer Shadow und wir zocken jetzt gemeinsam Super Mario Galaxy 2 nach verschissenen drei Monaten wieder. Endlich ist es wieder soweit, ich werde wieder Videos hochladen, yeah! Ja, ihr habt euch bestimmt schon gefreut und gefragt, hm, wo ist denn der Shadow hinzu? Und ja, hier bin ich und ich kann euch jetzt gleich mal sagen, ich werde ein bisschen aus der Übung sein, sprich, der Kommentarstil ist ein bisschen abgefuckter von mir und ich hoffe mal, das stört euch nicht und ich würde mal sagen, es geht hier in der Eis, Eiswarm, Kalt, Galaxie, hin oder her, wie auch immer. Aber, zur Sache, es geht wieder zur Suche nach Sternen und der grünste Nummer 1 ist schon hier und es kann sein, sorry, dass das Mikro ein bisschen zu nahe ist. Diese Kacke, ich mag mich an dich erinnern, du Stöcken, dieses Eigelb. Ich kenne dich, ich hasse dich. So, und nicht wundern, ich nehme jetzt auch ein bisschen spät auf, es ist jetzt schon, Moment, ja, 11 Uhr, abends, nicht morgens, nein. Ich darf wieder morgen arbeiten, zum Glück ist Freitag. Und wenn alles klappt, dann werde ich das Video jetzt, sprich, Freitag schon hochladen, aber nur, wenn alles funktioniert, ansonsten seht ihr das ein bisschen verspätet, aber ich hoffe mal nicht. Sonst bekomme ich wieder Probleme mit mir selber. So, und jetzt nimmt es mich Wunder. Yay. Wo die Grünsterne sind. Und ich glaube, mich erinnern zu können. Wow. Dass einer hier war. Hm? Aber hier war bestimmt einer. Das weiß ich nicht. Ah, scheiße. Nein. Hier war einer. Ich weiß es. Ich muss hören. Ich muss lauschen. Sicher? Ich weiß es gerade nicht mehr, ehrlich gesagt. Und wie lange bleibt es noch heiß? Verschlange? Okay. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nicht schon sterben. Wir hatten einen schönen Anfang. Den lässt sich versauen. Also in die Röhre schon mal nicht. Okay, ich gehe einfach mal weiter. Ich ignoriere das einfach mal. Hä, hä. Nein. The fuck? Ich war oben. Aber sonst geht es dir noch gut. Warte mal. Weißer. Ich dachte, ich dachte, man könnte den jetzt so sehen. Aber ich habe mich gehört. Ja, der Schattel kann sich auch mal täuschen. Ich hatte das gedacht. Ähm. No. Hier war er nicht. Hier war er auch nicht. Ja, kann ich nicht erreichen, aber ich höre ihn sehr laut und deutlich. Und ich muss ein bisschen vorsichtiger hier sein. Nicht gerade schon wieder zu Beginn so Gas geben. Und ich hoffe, ich habe jetzt wirklich keine Verpasst, weil sonst bin ich ein Pfosten. Ich muss schnell drauf kommen. Ich bin... Scheiß. Dreck. Was ist nur passiert? Jetzt mal ernsthaft. Wo ist er? Nein. 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 Das gleiche nochmal. Nein. 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 Nicht mit mir. Und dir taucht auch von der Lava auf. Oh. 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 Jetzt zog ich ein bisschen Risiko vom Feinsten. Vom Allerfeinsten. Ich sterben jetzt bei dir. Nein. Nein. Ich doch nicht. Ich bin Pro. Nein. Aber es ist mal ernsthaft, wo ist er? Nein. Es geht. Ich war oben wieder. Spiel möchtest du mich verarschen? Was ist denn hier oben? Nein. Ich verkaufe. Hä? Ich gucke mich zu mir, wie ein Monko sitzt. Weil ich kann. Hä? Ich weiß es nicht. Woher soll ich das wissen? Das war schon zu lange her. Wo ich das... ...gezockt habe. Waren wir an der letzten Stelle auch hier? Ich weiß es gar nicht. Ist was ich gerne noch weiter. Es kann sein, dass es vielleicht der noch kommt. Ich weiß es nicht. I really don't know. Ich will ihn doch. So, jetzt hier noch mal. Du befickter Stern. Was fällt dir eigentlich ein, wer du willst? Moral... Ich krass. Es kann ich vielleicht nur noch chancen haben? Oh Gott. Okay. und ich hoffe das war der erste ich weiß nicht so was kann ich jetzt eigentlich noch sagen in der langen zeit wo ich weg war ich war traurig dass ich nicht mehr aufnehmen konnte ich habe meine abonnenten vernachlässigt und ich war sehr sehr selten auf youtube das hat mich übelst angeschissen jedes mal wo ich let's play von anderen leuten sah habe ich es ignoriert weil es hat mich eher nummer zwei es hat mich zu sehr daran erinnert wie die zeiten damals auch waren wo ich mit place gemacht haben so ja finde ich übelst scheiße ich finde es einfach nur furchtbar und jetzt muss kurz lauschen ob der hirschen sein könnte ja ich glaube ich habe so ein glitzekleines ständigen gehört nein jetzt kommt es wie aus dem wind geschossen ich weiß wo der war und jetzt haben wir ihn auch ganz leicht gehört alles so primitiv zu zerstören das glaubt ihr mir nicht so er machte das hier und ich erzähle keinen scheiß ich bin ich auf drogen nein das stimmt alles der ist hier und wie konnte ich den nicht so jetzt noch ein versuch weil er von mir war gerade übelst scheiße wir haben ihn ganz einfach und warum ist mir das nicht eingefallen das war doch einer der einfachsten man muss nur drauf kommen das ist eine sache was ich jetzt schon mal sagen kann das video ist nur in hd weil full hd das leute ich meine das bringt doch so wenig dass da brauche ich nur viel länger zum uploaden weil bei mir dauert full hd 7 stunden für 20 minuten das ist crazy man wenn ich hd nur hochladen möchte dann nur eine stunde und das ist ein bisschen ein unterschied ein sehr langer unterschied aber von der grafik her ist kaum was zu bemerken wenn ich jetzt zähler let's playen würde dann würde ich es natürlich ein full hd machen weil es ist ja klar wie june bessere grafik und so saugen für hd wäre ja verständlich und es werden keine koch videos mehr kommen nein das werden nicht mehr stattfinden shadow hat ausgekocht kann man zu sagen und das hat es gerade übelst scheiße von mir glaube ich ja wobei ein bisschen abkürzung ist gar nicht mal so übel so jetzt noch an dem spack vorbei und dann suchen wir den dritten stehen der zweite jahr hat mich hat mir so viel zeit gekostet ich hasse dich ich hasse dich sniper 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 und nein ich zocke noch mal ohne tool assisten zu so was kann ich dann nicht noch berichten ich glaube es war es im grunde genommen ich fange jetzt wieder von vorne an kann man zu sagen ich bin ein richtiger nu wieder nicht was aber ich glaube jetzt sicher nur scheiße euch zu das möchte ich eigentlich auch nicht weil es wird ein bisschen langweilig nein 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 oh gott ich das möchte ich glaube ich glaube ich glaube ich habe jetzt ein fehler gemacht ich glaube ich glaube ich habe jetzt ein fehler gemacht nein 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 ich muss eine wolke bei mir haben aber ich glaube hier bekomme ich gar kein nein wir traust du nur das weiß wir dürfen zurück und alles nochmal von vorne gehen so ich habe jetzt die wolken einigermaßen zusammengebracht und ich hoffe mal ich werde jetzt das ohne def durchhalten so ich werde hier einfach mal einen stopp reißen weil es ist mir zu heiß und das ist es wortwörtlich gemeint okay einer hätte gereicht danke fürs wissen ja ich bin jetzt was waren das irgendwie fünf minuten ich bin so oft gestorben und einmal bis zu behindert gestorben ich habe mir zu den arsch verbrannt das glaubt ihr gar nicht da bin ich an die kannte haben mit dem arsch verbrannt und tot gestürzt das war doch mal super super tot gar nicht qualvoll so ich würde mal behaupten das waren nur drei sterne ich wollte es eigentlich schon beenden der erste part möchte ich eigentlich doch nicht so locken machen ja ich würde mir auch näher ich bin immer hier und es geht im nächsten paar weiter bei bosa juniors boom bunker seid dabei ich freue mich auf euch abonnieren favorisieren ihr seid die besten euer shadow ciao